Medal Ceremonie, Women's Chavelin's Row. Libor Barhanik, European Athletics Vice President. Vizepräsident des Europäischen Alliés für die Tschechische Republik, Barbara Sparczakawa. Silber Medalist, representing Serbia, Adriana Vilagos. Gold Medalist and European Champion, representing Greece, Gewinnerin der Goldmedaille und Europameisterin für Griechenland, Elina Tengo. Young Munich 2022 Medalist, unsere München 2022. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020